So, ich bin jetzt hier gleich bei Lukas. Ich habe natürlich mal einen Megafruit dabei. Ich habe ein bisschen wie ich reagieren, wenn ich hier einfach nicht mehr mit der Snapchat-Camp davorstehe, sondern direkt mit der Legria. Es kommt jemand. Hallo. Ah, die schauen wieder. Hallo, Johnny. Ja, diesmal. Okay, hi. Komm rein. Hallo. Alle Hände aus den Taschen. Was ist das Licht? Oh. Legria. Ja. Dech. Was sagt ihr? Essen. So, wir müssen jetzt essen. Den Big Vegan. Natürlich die Fanta. Fanta, Forests, Nick Chicken Nuggets und Cola. Ich muss jetzt schon richtig in Flog auf ihn kommen. Moin, guys. Jaser here. Ich habe mit meiner Diesel-Stunkhose noch nach Stuttgart. Stuttgarter Nico, nicht du Nico. Stuttgarter Nico. Ich bin der Waren Nico. Ja, so sieht es aus. Irgendwie in Skub mit seinem GT 63. Jetzt haben wir im GGT. Und ich kugel direkt. Ja. Hol Lukas. Ich bin der crosseden Koffels. Ja. Ich bin der長este L смотрите. 170 Ja. Ja. Ta bo THE Vielen Dank.